ja das ist bösen sell und ich hoffe noch unter die wolke zu kommen noch 500 meter ist nicht so viel langsam muss ich mal ziehen ja genau das war der plan ja jetzt bin ich hier vor münster und muss verdammt aufpassen dass ich nicht zu hoch komme ich habe noch 100 meter bis zum luftraum über mir leider geht es hier überall hoch so ist das halt immer und es geht weiter mit drei meter hoch jetzt muss ich mal abspüren oh man Hey! Musik Musik Ja, das erste Mal, dass ich wirklich bis an Münster, beziehungsweise an Münster jetzt vorbeifliege Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich war gerade oben im Luftraum, da hat es mich reingezogen Dafür habe ich jetzt wieder viel sinken Ah ja, hier sieht man schön die alte Fahrt und den Skandal Schade, jetzt geht es dafür umso stärker runter Ich denke mal, ich werde jetzt hier landen gehen, oder? Beste Option, hier fahren auch Busse Hilfe versehen Ja, wer zeigt mir, wo es hingeht Ah, Kumpel Ah, herrlich, der Blick hier auf Münster Fernsehturm Ja, das ist Sendenhorst Da wollte ich eigentlich heute Nachmittag hin erst und Koffee trinken und grillen Direkt am Fernsehturm Ja, entweder lande ich da jetzt, was ja ein bisschen schade wäre bei den Superverhältnissen Oder ich kriege weiter Aber bis nach Kofeld muss ich heute auch nochmal das Auto holen Da ist irgendwo die Clara Ich glaube, ich lande mal Komm nicht runter Komm nicht runter Nichts kaputt gegangen